Der Laufsport ist ein wunderbares Hobby, das Sie möglichst oft und ohne Probleme ausüben möchten. Das kann ich verstehen. Mit Dr. Marquardt Running helfen wir Ihnen, schneller, leichter und schmerzfrei zu laufen. Verbinden Sie doch einfach Laufspaß und Gesundheit, indem Sie Ihrem natürlichen Bewegungsablauf folgen. Und wenn es einmal Probleme gibt, bin ich gerne für Sie da. Mit einer Bewegungsanalyse kann ich herausfinden, wo exakt Ihre Probleme herrühren. Und auf Basis dieser Untersuchungsbefunde werden dann die für Sie passenden Therapiekonzepte erarbeitet. Das können die richtigen Laufschuhe sein, sensormotorische Einlagen oder die richtigen Kraft- und Stretchingübungen. Mir ist wichtig, dass orthopädische Einlagen den Fuß nicht ruhig stellen, sondern aktivieren. Darüber hinaus helfen Ihnen unsere technischen Übungsprogramme, um wirklich alle Muskeln beim Laufen optimal zu aktivieren. Nicht jeder Läufer braucht orthopädische Einlagen. Mit einer Bewegungsanalyse kann ich genau herausfinden, welcher Läufer profitiert und welcher nicht. Die Läufer aber, die eine Einlage benötigen, müssen in jedem Fall individuell versorgt werden und eine Einlage erhalten, die auf Ihre Bedürfnisse abgestellt wird. Bei der sensormotorischen Einlage von Footpower geht es darum, den Fuß in seiner Beweglichkeit zu fördern, aber auch zu fordern. So können wir durch sogenannte Piloten den Tonus der Muskulatur gezielt steigern oder aber reduzieren. Wir helfen dem Körper zu einer physiologischen Bewegung und das führt zu Schmerzlinderung und Leistungssteigerung. Bei der Laufanalyse und Laufbewertung geht es ganz einfach darum, herauszufinden, was habe ich hier für einen Laufstil. Läufe ich über den Vorfuß, über den Mittelfuß oder den Rückfuß? Wie steht das Becken? Wie steht der Oberkörper? Das Ganze ist wichtig für die Erstellung einer sensormotorischen Einlage. Über eine sogenannte Palpation testen wir den Fuß hinten auf seine Beweglichkeit und ermitteln so die optimale Passform der Einlage. Da bei uns die Individualität im Vordergrund steht, ist diese Vorarbeit sehr wichtig, um den Fuß in seiner Beweglichkeit nicht einzuschränken, sondern ihn vielmehr zu fördern. Gerade im Laufsport können wir durch diese Kombination Markward Running, Footpower sowohl dem Hobbysportler als auch dem ambitionierten Läufer helfen, schneller, leichter, schmerzfrei zu laufen. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020